Herzlich willkommen die Gamer Ingenieurs. Mir wurde zugetragen, dass euch meine Folgen ein wenig zu lang vorkommen. Der Gedanke meinerseits daran, ja gut, dann machen wir es halt kürzer. Lässt sich ja einrichten. Im letzten Part habe ich so eine Art Bobkelnlanze gefunden. Und das waren schon Sinnofen. Wenn das Vieh einmal läuft, dann hat man fast gar keine Chance mehr, ihn einzuholen, weil er einfach viel, viel zu schnell ist. Aber ich bräuchte eigentlich Heilmittel. Ich sehe da oben ist noch ein Fuchs, vielleicht kann ich den mit dem Laufen einholen. Aber ich denke eigentlich eher nicht, weil der wird sich ja in einen Bau vergraben. Aber ich sehe schon meine neueren Opfer. Ich brauche dringend Pfeile. Und das ist das Falsche, das ist das Richtige. Also Medizin steigert das Ding mein Tempo. Greift mich der Hirschbock eigentlich an oder nicht? Keine Ahnung. Aber mit dem Mithalten ist nicht. Okay, mit dem Ziegenbock mitzuhalten ist auch nicht. Naja gut. Wie viel Heilmittel habe ich da? Ach so, ich habe ja noch einiges. Das passt. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das ist ja sowas wie eine Art Sturmland. Da hinten sehe ich den Turm vom Nixgelegenen, wo wir letztes Mal den Schrein gefunden haben. Aber zurück zur Tatsache, dass meine Folgen zu lang sind. Ich werde das die nächsten 10 Parts probieren, meine Folgen nicht länger als 15 Minuten zu halten. Oder 15 bis 20. Weil genau einschätzen kann man es kaum. Bingo! Edelwild! Wer spielt denn hier Volksmusik? Okay, gut. Also. Edelwild! Hmm. Da drüben ist der Musiker. Oh! Oh! Verzeihung! Ich dachte ich wäre allein. Oh! 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 Das sind die Typen aus Wind Waker. Ach wo sind nur meine Manieren? Ich bin Cassiva und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Alte Lieder? Nö! Die alten Lieder sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert haben und die Verheerung aufgehalten haben. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, zeig mal. Mit Vergnügen legen wir los. Ein grünes Land passiert vor Leben. Das grüte Tier im vollen Lauf. Okay, ich lese es nicht vor. Ich kann nicht singen. Das müsste ich halt vorstellen. Ich bin wirklich ein katastrophaler Sänger. Das ist ein Mysterium, das ich in tausend Jahren nicht lösen konnte. Was? Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Das gekrönte Tier. Was? Okay. Aha. Tja. Starte ich jetzt wenigstens? Ja, okay gut. Ich starte wenigstens wieder hier. Aber ich kann mir denken woran das gelegen hat. Und zwar gegen die Viecher ist eine Waffe aus Holz effektiver. Ich muss mir nur merken wie man mit der angreift. Toll, jetzt sind die Viecher auf einmal netter. Und nochmal zwei Stück Edelwild. Ich dachte für den großen Osche bekommt man hier mehr. War wohl ein Irrtum. der Knochen hat später viel Öffnen. Die Knochen sind überhaupt die praktischsten Gegner. Schachtelbogen. Oder... ach nee die hand brauche ich eigentlich nicht die kann sonst wohin von mir aus vielleicht dient sie ja noch zum jagen ok daneben spurtkröte ich sehe mir noch das geilste ich muss ehrlich sagen das mit den 15 minuten das stört mich schon ein wenig weil da bringe ich ja pro part kaum was weiter ich weiß natürlich ist es ansprechend da wenn man jetzt nicht so viel zeit benötigt um eine folge von mir zu sehen aber dafür muss man halt wieder den youtuber mögen will man was über das spiel erfahren wird man wohl mehr zeit investieren müssen das ist halt ein problem dass ich bei den 15 minuten sehe aber na gut lassen wir es drauf ankommen lassen wir es tatsächlich mal drauf ankommen okay die hand müsste eigentlich gegen die mistfücher regeln reise schild der müsste er aus holz sein wieso das wisst wirklich instant muss ich das abschießen wie bei den warum weil er das nicht verstehe vor allem ich kann mir auch irgendwie ganz schwer eine bessere rüstung holen okay zeigen wir mal die karte wo ich überhaupt hin muss ja das liegt ja noch einmal am arsch der welt na ja egal das einzige was hier wirklich leihwand ist ich habe gegenwind das heißt wenn ich dorthin zurück will habe ich rückenwind ich werde jetzt auch über dieses bergmassiv hier gehen damit ich diese scheiße elektro viecher umgehen kann und hoffen dass dort oben nicht wieder ein wächter rumgurkt weil da erhalten sie sich ja beliebter stachel box stock ok und ok den knochenschild nehme ich mal nicht mit oh ein fuchsie keine ahnung wo der hin rennt aber da ist der tut mir gerade so leid den lasse ich mal am leben ihr fuchsie kann es davon kommen ich habe ich genug zeug einstecken moment aber jetzt fehlt mir wieder das edelwild oder 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 ach habe ich je zwei stück dabei das ist ja es ja ich jetzt ich 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 ist Also kann ich mir Medizin auch kochen oder wie sehe ich das? Naja, egal. Egal. Ich frage mich nur gerade, wie ich durch dieses Massiv komme. Ich meine, solange ich laufen kann, ist das Ganze wurscht. So wie ich da irgendeinen Widerstand habe. Jetzt könnt ihr nicht falsch verstehen an alle Elektrotechniker. Widerstand. Obwohl, das geht eigentlich auch an Mechatroniker und Elektroniker. Die müssen das ja auch wissen. Und geil, da hinten ist glaube ich mein Zielpunkt. Okay. Warum liegen diese Steine hier? Nein, 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 nein. Hau bloß ab, du Mistvieh. Ich hasse dich. Ist mir komplett wurscht, dass mich der jetzt erwischt hat. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Puh. Huh. Achso, verstehe. Das ist wieder so ein Krog-Samen-Rätsel. Ah, Leute, passt mal auf. Und zwar folgendes. Man nimmt sich den Stein hier. Ja, das Ding macht es nicht so, wie ich es haben will. Ja, aber immerhin so ähnlich. Link hat es nicht so mit Richtungen, aber der Stein ist auch nicht perfekt rund. Da ist das Blöde. Komm, Link, schieb es rein. Es ist nur noch nach oben. Los! Ja. Exakt. Tja, Leute, das war es dann mal wieder. Ihr wollt ja keine längeren Folgen. Denen gefallen bin ich mal so frei und tue ich euch. Im nächsten Part werden wir dann vermutlich unseren Zielort endlich erreichen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn ich das endlich mal hinter mir habe, weil ich weiß, dass sich dort etwas relativ geiles holen kann. Womit ich endlich gewappnet bin gegen Wächter und etc. Cool, oder? Ja, im nächsten Part fliegen wir dann da rüber und... HWDR, der Gamer Engineers. Bis zum nächsten Mal. HWDR. HWDR